Willkommen zu einem Kurzvideo meines Videoguides zu Legend of Grimrock 2. Hier hattet ihr einen Kampf mit dem Kobold und in der gleichen Gegend gibt es diverse Fallgruben. Egal welche ihr benutzt, ihr gelangt immer in den selben Raum. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine und haben uns ausnahmsweise beim Sturz nicht verletzt. Dann gelangt ihr an dieses kleine Rätsel hier, Shrine of the Gluten. Völlig falsch ausgesprochen, ich wüsste gerade nicht wie man es ausspricht. Ich weiß aber was es bedeutet, es steht für Vielfraß. Wenn ihr dieses Rätsel lösen wollt, ist es von Vorteil genug Nahrung bei sich zu haben. Spielt keine Rolle, welche Nahrung ihr benutzt. Sobald ihr aber drei ablegt, geht hier dieses Tor auf und ihr bekommt Zugang zu einem neuen Geheimraum. Was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr, wenn ihr das Geheimnis selber löst oder dem Videoguide folgt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht auch ein anderes Mal.